Moin moin liebe Zocker und Zockerinnen, hier ist mal wieder der Agri für euch am Start. Was geht ab? So, und ich spiele jetzt erstmal ein schönes 101 auf dem US-Server. Gegen, oh, ich weiß es gar nicht, gegen einen Terraner auch. Das heißt entweder erstmal fast auf R gehen, ist immer ganz gut, mit dem Benji zu starten. Das sollte ich wahrscheinlich auch machen. So, erstmal ein schönes Dipürchen hier hinpflanzen. Und dann gleich schon mal das erste Gas holen, damit ich auch gleich dann die Fabrik bauen kann, weil das ja die Voraussetzung für den Raumhafen ist. So, ist gleich fertig. Ich brich die erstmal ab. Ob ich auch gleich dann die Kaserne hinpflanzen kann. Und dann scoute ich auch gleich erstmal, wenn die fertig ist. Wegpunkte habe ich jetzt schon rübergesetzt. Nach dem Fertigstellen der Kaserne wird automatisch rübergefahren und gescoutet. Klicke ich den doch erstmal auf 1 noch. Ob ich dann auch gleich mal gucken kann. Dann brauche ich nämlich nicht extra auf die Minimap klicken. Ein bisschen einfacher. So, und wie weit sind wir da vorne? Jo, schon 700 von 1.000. Also schon fast fertiggestellt. So, erstmal abbrechen. Kann ich mir nicht gleich auch die Fabrik mehr gönnen. Die setzen wir einfach mal dazwischen, damit es schon mal dicht ist. Und holen wir jetzt erstmal das zweite Gas noch. Weil das ja sehr gaslastig ist. Na, pflanze ich hier doch erstmal noch das Technolabor dran. Und holen wir auch gleich erstmal die Glastonikzentrale dazu. Okay, er wascht, wie man sehen kann. Ich will vorne auch einen Bunker holen, weil hier sonst gleich böse Marines kommen. Fucking Wascher. So, schon mal eine Minenloch produzieren. Aber wenn er mich gleich rascht, ist das natürlich ganz gut, wenn ich da bis was gegen habe. So. Keine Mineralien. Na, wann kommt er? So, erstmal einen hier rein. Was liegt da? Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. Oh, komm schon. Nicht genügend Mineralien. Mineralien, ich brauche sie. So, fliegen wir das erstmal da rüber. Nicht genügend Mineralien. Ja, meine Minen hat er nicht gesehen, das ist gut. Ich ziehe das erstmal ein bisschen nach vorne, damit er erstmal hier raufballert. Sollte reichen. So, die Zentrale umbauen und erstmal den Raumhafen auf drei legen. Es wundert mich, dass er jetzt hier noch gar nicht kommt. Eigentlich wollte er nämlich waschen. Aber kein Plan. Scheint hat er sich das doch ein bisschen anders überlegt. Nicht genügend Mineralien. Wo, der braucht Reaper. Das kann natürlich auch sein. Naja, dann ziehe ich die erstmal weg hier wieder. Gut, mal noch einen Tank dazu. Nicht genügend Mineralien. Noch Depots. Immer diese blöden Depots. Da kommt er schon. Oha. Ist ja schon drinnen bei mir, der Penis. Oha. Das wird doch nichts. Das wird doch nichts, Kollege. Oh fuck. Das war kacke jetzt. Oha. Aus der Bahn. Das nicht passt. Das ist recht. Nur zu. Fucking Russia. Du musst noch ein bisschen aufhalten. Dann schlägt die Mini gleich nochmal ein. Los, los, los. Oh, schön. Und das ist auch gleich wieder fertig. Aufgedankt und Eindrassverein. Und jetzt ist dicht. Schön. Das hat sich ganz schön Zeit gekostet. Puh. Ganz schön Zeit gekostet. Aber das sieht erstmal noch gut aus. So, und dann stellen wir erstmal hier in den Tank. Da kommt schon der erste Benji wieder. Und es geht wieder weiter. Da kommt er jetzt erstmal nicht mehr rein. Und weiter einen Tank holen. Natürlich ist jetzt mein Tarnmodus jetzt nicht fertig. Das ist ein bisschen blöd, das jetzt. Mal gucken, ob er schon eine Exe hat, das ich nicht genommen. Das ist wahrscheinlich nichts weitermachen. Der wird wahrscheinlich immer die ganze Zeit nur Go machen. Ja, ich klinge jetzt erstmal hier in ein paar. Oh, ist das schon ganz schön. Oha. Oha. Das ist mal ein Anfordern hier. Oha, da hat er auch ein Trümchen. Na, aber so passt das schon mal ganz gut. Modus jetzt aktiviert, beziehungsweise freigeschaltet. Erstmal nicht wieder rein. Kann ich hier auch auf? Ja, klar. Ah, er hat Sicht anscheinend. Fuck, er hat Sicht. Ich kann mal ahnung, warum er Sicht hat. Was ist denn so viel hier? Erstmal Expansion holen. Jetzt gucken wir erstmal, was hier noch was hat. Oha, Törex hat er hier. Ja, arbeite ich hier erstmal wieder so ein bisschen. Oha, er ist ein bisschen abgelenkt. Direkt die zweite Echse holen. Da ist mal der Weg. Nicht genügend Minerade. Ein paar Marines noch dazu. B.B.F. bereit. Nicht genügend Minerade. Der Mittelweiter geht los. Oha, hier ist mein Kleine Go. Los, Gelder. B.B.F. einsatzbereit. Weil er hat nichts eigentlich. Und eigentlich hab ich schon eine ganz kleine Masse hier. Ist schon nicht schlecht. Noch ein Echse holen. Dass die Terraner immer die Bude voll echeln. Ist echt wichtig. B.B.F. einsatzbereit. Abmarschbereit. B.B.F. bereit. Oha. Was gibt's? Kann's losgehen. Ich weiß alles. Oha, ist gar nichts mehr. Ein ganz einfaches Gamechen hier. Also gegen Terraner kann man immer mit Benji starten. Kommt natürlich immer drauf an, ob er dann halt auf Reaper oder sowas geht. Weil der Benji natürlich ein bisschen länger braucht. Aber normalerweise klappt das da eigentlich immer ganz gut mit. Ja, mal gucken. Ah, Silberliga natürlich jetzt nicht so der Knaller. Aber sonst war das eigentlich ein ganz cooles Game. Natürlich wichtig, dass man vorab scoutet, was er baut. Deswegen hab ich dann direkt nach dem Fertigstellen der Kaserne halt auch den Scout rüber geschickt. Kann es natürlich auch schon machen, indem man dann halt nach dem Fertigstellen des Versorgungslopos einfach mal scoutet. Mit dem WBF. Ja, ich hoffe euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Agri haut rein und ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. See you.